Ich begrüße dich recht herzlich. Mein Name ist Bettina Geidner und ich stelle Interviews zum Thema Bewusstsein her. Jetzt geht es um das Thema, warum deine energetische Ausstrahlung jedes Problem löst, also deine Energie, und wieso du mit deiner energetischen Ausstrahlung alles, was du möchtest, in dein Leben ziehen kannst. Untertitelung des ZDF, 2020 Schön, dass du dabei bist. Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Es geht jetzt um das Thema, wieso deine energetische Ausstrahlung, deine innere Energie, jedes Problem löst und alles, was du möchtest, in dein Leben ziehst. Darum geht es jetzt im nächsten Thema, im nächsten Interview und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du Kommentare schreibst zum Interview, welche Erfahrungen du mit deiner Energie, vielleicht mit Energiearbeit gemacht hast. Das interessiert mich sehr und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, dann wird das Interview von YouTube öfters geteilt und wenn du Informationen zu mir finden willst, dann kannst du das auf meiner Webseite www.betinakaltner.de. Jetzt geht es los. Lieber Nikolaus, ich freue mich sehr, dass wir dieses sehr, sehr wichtige energetische Thema besprechen können. Ich sage kurz deinen ganzen Namen, damit meine Zuschauer dich auch vielleicht googeln können, wenn die mehr über dich erfahren möchten. Du heißt Nikolaus Lackner und hast eine eigene Firma, die heißt Blooming Life. Und jetzt die allererste Frage, die ich an dich habe, weil du dich ja so gut auch mit Energie und energetischer Ausstrahlung auskennst, seit Jahrzehnten. Was ist denn die menschliche Energie? Weil es kann ja auch sein, dass ein Zuschauer hier reinschaut und denkt sich, Energie ist, wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke. Das ist jetzt Energie. Aber die meinen wir natürlich nicht. Wir meinen jetzt die eigene innere menschliche Energie. Wie würdest du die beschreiben? Ja, also danke für die Frage. Das ist ein sehr breites Thema. Grundsätzlich würde ich sagen, dass alles Energie ist. Alles, was ist, ist Energie. Nicht nur die feinstofflichen Ebenen, nicht nur Frequenzen. Nicht nur der Tisch, also auch feste Materie. Alles, auch unser physischer Körper, ist reine Energie. In verschiedenster Form und in einem individuellen Ausdruck. Und was ist jetzt diese menschliche Energie? Ich würde sagen, die wahre Energie, die in uns ist, ist letztendlich göttlichen Ursprungs. Wir sind ein göttliches Wesen, das sich durch uns zum Ausdruck bringt. Überlagert bei den meisten Menschen mit ganz vielen Dingen, die das wahre Sein ein bisschen unten halten, würde ich mal sagen. Aber grundsätzlich sind wir ein reines Energiewesen. Und das ist ganz wichtig, dass uns das wieder bewusst wird, weil über unsere eigene Energie können wir das in unser Leben ziehen, was für uns am besten ist. Das ist das, was uns wirklich glücklich macht. Wir sind Schöpferwesen. Egal wie bewusst und unbewusst wir sind, wir schöpfen in jedem Moment. Der eine unbewusst, der wird dann diese Resultate in sein Leben ziehen, die vielleicht nicht so schön sind in der Erfahrung. Der andere schöpft bewusst und ist sich seiner oder ihrer Macht umso mehr bewusst oder hat sich wieder daran erinnert, besser gesagt. Weil wir sprechen ja über die energetische Ausstrahlung, die Glück ins Leben holen soll und eben auch Probleme lösen soll. Und wie, also du sprichst vom Schöpferbewusstsein. Und wie wird dieses Schöpferbewusstsein beeinflusst? Also unsere Zuschauer, wie beeinflussen die ihr Schöpferbewusstsein? Doch was? Ganz praktisch. Ich würde weniger von beeinflussen sprechen, weil dann oft auch Manipulation dahinter steckt. Und das entspricht nicht dem Wahren. Ich glaube, der Schlüssel dazu ist wirklich der, dass wir immer weiter tiefer in unseren ureigenen Kern, in unsere Ursprungsenergie vordringen. Nämlich zu dem, was wir wirklich sind. Und dann ganz tief Acht geben auf unser inneres Gefühl, auf unsere Intuition und lernen, dieser Intuition zu vertrauen. Das ist nämlich die höhere Intelligenz, wesentlich höher als die kognitive Kopfintelligenz, auf die wir trainiert wurden, über so viele Jahre und Jahrhunderte, Jahrtausende. Es geht darum, wieder die Verbindung zu uns selbst herzustellen und aus dem Herzen heraus zu leben. Das Herz, unsere Seele, unser wahres Sein spricht über das Herz zu uns. Auch über das Bauchgefühl, über ganz andere Ebenen. Und wenn wir darauf wieder vertrauen und uns diesem Lebensfluss in uns einfach hingeben, dann werden wir genau dahin geführt zu dem, was wir sind. Und das macht uns glücklich. Wir sind also im Fluss, wir geben uns hin an das Göttliche in uns und das zieht dann letztendlich die Freude, auch die Gesundheit, das Glück auf allen Ebenen in unser Leben. Aber wir dürfen lernen, dass das, was aus unserem Herzen kommt, das wirklich Wahre ist. Nicht, was der Kopf will. Der Kopf denkt sich, ja, ich will jetzt diesen Lotto gewinnen. Warum will er das? Weil er, dieser Mensch, vielleicht irgendeinen illusorischen Mangel erlebt. Vielleicht gibt es einen finanziellen Mangel. Genau. Höchstwahrscheinlich. Aus einer Angst heraus sozusagen entsteht dieser Wunsch, ich brauche oder wünsche mir jetzt diesen Lottogewinn. Wenn ich aber aus der inneren Fülle heraus lebe, aus der tiefen Verbindung zu mir selbst, aus dem, wo mein Herz, meine Seele mich hinführt, dann bin ich zu jedem Moment genau da, wo ich sein darf. Und wenn ich innere Fülle habe, dann wird sich die äußere Fülle natürlich auch einstellen. Wir sind Schöpferwesen. Ja, genau. Ganz klar. So wie innen, so im Außen. Das Außen ist ein Spiegel. Jetzt sage ich mal, was ein bisschen provokativ ist. Dieses, also, das Herz ist Energie, weil es gibt ja auch ein EKG. Man kann ein EKG messen, also das Herz ist definitiv Energie. Ja, es ist ja, versorgt ja unseren Körper. Aber provokativ gesagt ist, wenn ich jetzt auf mein Herz höre, ist es absoluter Luxus. Weil dann werde ich auch oft Nein sagen, weil es nicht passt für mein Herz. Also nach dem Herzen gehen, das macht erstens, dass ich genauer hinspüre, was ich wirklich will, also was wirklich zu mir passt und dass ich auch das loslassen kann, was nicht zu mir passt. Das ist eigentlich Luxus, das ist eigentlich Fülle, würde ich jetzt mal sagen, so nach diesem Gefühl gehen. Aber die Frage, die ich trotzdem habe, ist, was hält uns davon ab, nach dem Herzen zu gehen? Die Informationsflut vielleicht? Natürlich. Also Ablenkungen vom Außen, die sind natürlich gerade in der westlichen Welt gang und gäbe. Also wir werden versucht, ständig, es wird versucht, uns ständig abzulenken, auch gerade in dieser Zeit, zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit oder in den Rauhnächten, wo die Natur zum Beispiel sich ganz tief in sich zurückzieht. Auch die Tiere ziehen sich ganz tief zurück. Und die meisten Menschen in der westlichen Welt haben gerade in dieser Zeit den größten Stress und Druck. Sie werden abgelenkt mit materiellen Dingen im Außen. Sie haben die meiste Arbeit nur, um nicht bei sich selbst anzukommen. Aber letztendlich dürfen wir erkennen, dass wir selbst der Kapitän unseres Lebens sind. Wir selbst haben es in der Hand und können entscheiden, ob wir da mitmachen. Auch bei diesen aufoktroyierten Kalendern oder Feiertagen. Das ist menschengemacht und entspricht auch nicht dem natürlichen Rhythmus der Natur. Das können wir uns vielleicht in weiterer Folge noch mal näher anschauen, aber das ist hochinteressant. Und letztendlich haben wir es selbst in der Hand. Und zwar, indem wir unserem eigenen Gefühl, unserer Intuition und dem, was sich gerade in uns zeigt, einfach nachgeben, uns einlassen auf das. Wenn wir müde sind, okay, dann heißt es rasten. Genau. Unsere Haustiere machen das. Wenn der Hund oder die Katze müde sind, dann legen sie sich einfach ins Körbchen und sie schlafen. Das ist ihr natürlicher Rhythmus. Wenn sie Hunger haben, essen sie. Wenn sie spielen wollen, spielen sie. Genau. Und wir dürfen diese Natürlichkeit in uns wieder lebendig werden lassen. Sie war immer da, nur sie wurde überfrachtet. Wir sind darauf trainiert worden, immer im Außen zu schauen, was für uns angeblich gut sei. Wir sind darauf trainiert, nach Statistiken zu gehen, nach Studien. Wir sind darauf trainiert zu schauen, was sagen die Nachrichten, was sagen die Politiker. Oder wir haben den Kalender, der uns ganz genau vorgibt, wann wir zu feiern haben und wann nicht, wann wir zu trauern haben. Also das ist absolut wieder die Natur. Das ist menschengemacht und es geht darum, jetzt wieder unsere ganze Kraft und Macht zurückzunehmen. Ganz wichtig. Die ist und war immer da. Die muss auch nicht erlernt werden, die muss auch nicht erst geboren werden. Die war immer da und wird immer da sein. Nämlich der göttliche Kern, die Essenz in uns. Und darum geht es gerade in dieser Zeit. Und wenn du gesagt hast, ja, wir vertrauen auf unser Herz. Natürlich haben wir ein physisches Herz. Und es gibt auch eine fünfte Herzkammer. Aber ich meine in erster Linie das Herzchakra als Zentrum. Das Herz ist letztendlich genauso, aber auch wie der Bauch. Da gibt es auch eine hohe Intelligenz in all unseren Zellen und Nervenzellen. Die uns sagt, wohin die Reise geht. Und letztendlich ist das Parameter die Freude. Denn Freude ist nichts anderes wie gelebte Liebe. Wenn wir der Freude nachgehen, wie die Tiere, sie zeigen es uns vor, dann sind wir in jedem Moment geführt und an der richtigen Stelle. Auch in einer Welt, wo uns oftmals und immer wieder der Boden unter den Füßen wegbricht, wo alte Sicherheiten, die wir uns im Außen aufgebaut haben, sei es die Lebensversicherungen, sei das Vertrauen in die Bank, in die politischen Strukturen, in Bildungssysteme, auch in die Arbeit vielleicht, die vielleicht jetzt auch verloren geht oder sich verändert, im Positiven formuliert. Wir haben uns im Äußeren Sicherheiten aufgebaut, die uns ja doch eine gewisse Stabilität ermöglicht haben, aber keine Freiheit. Das heißt, wir haben funktioniert innerhalb dieses Systems und nicht mehr. Aber es war aber weiter nicht ausreichend, um wirklich glücklich zu sein, in unserer Kraft zu sein, gesund zu sein, ein lebendiges Leben zu führen. Das ist jetzt total wichtig, weil Freude ist ja eines meiner Hauptthemen im Leben. Ich finde, der Freude folgen ist das Zentrale. Also das Komische ist halt, das, was ich früher immer dachte, was mich sichert, also ich habe ja Politikwissenschaften studiert und war auch im Landtag tätig und so weiter und das ist doch meine Sicherheit und so, war aber nie die Freude, diese Arbeit. Und es entstand dann ein Interviewprojekt jetzt, nur von mir gesagt, also von mir selber jetzt, ein Interviewprojekt, das ist pure Freude und das sichert mich. Aber es ist auch immer so, dass viele Leute ja jetzt auch nach einer anderen Berufung suchen, einen anderen Beruf, eine Umschulung machen wollen, jetzt statt Steuerberater, Yoga-Lehrer und so weiter. Viele wissen auch gar nicht, was sie machen sollen oder können sie sich davon finanzieren. Und oft denke ich mir dann, wenn ich das höre, es sind so Kopfideen. Es sind so Kopfideen, ach, ich mache jetzt auch eine Yoga-Lehrer-Ausbildung. Aber eigentlich ist doch das Wichtigste, einfach dem zu folgen, was mir Freude macht. Und wenn ich meiner Freude folge, dann werde ich eh immer besser, weil es macht mir ja eh Freude. Und ob ich dann der tollste Yoga-Lehrer der Welt wäre, ist gar nicht wichtig. Ich mache einfach immer weiter und dann ist aber der Erfolg oder die Sicherheit kommt dann eh, oder? Kann man das so sagen? Absolut. Diese Sicherheit, immer am richtigen Ort zu sein, auch die Gesundheit, weil Freude ist positive Energie. Wir haben ein hohes Energielevel dadurch. Und hohes Energielevel bedeutet auch Gesundheit, auch physische Gesundheit, seelische Gesundheit. Also wenn wir in der Freude sind, den ganzen Tag das machen, was uns Spaß macht, dann ist es wie der Plagerei, in der Arbeit zu sein. Und wir werden auch nicht krank, sondern wir bleiben gesund. Und wenn wir gesund sind und voller Energie, dann führt das auf allen Ebenen zu einer Verbesserung der Lebensqualität. Letztendlich auch zu einer verlangsamten Alterung, weil wir einfach voller Energie sind. Es geht immer um Energie. Wie eingangs schon erwähnt, wir sind ein Energiewesen. Und wenn uns das bewusst wird, dann können wir viel freier wählen, wohin für uns die Reise geht. Wir können schöpfen. Und wir werden wieder zu diesem göttlichen Schöpferwesen, das wir schon immer waren, aber wir haben es nur ganz, ganz tief vergessen. Und wenn jetzt jemand diesen Weg der Freude geht, was auch immer das ist, ob jemand jetzt gut kocht, ob jemand mit unglaublicher Begeisterung an Autos herumschraubt, oder ob jemand einen Heilerberuf macht, oder ob jemand auch... Sich um Tiere kümmert. Sich um Tiere kümmert, egal was. Wenn wir der Freude folgen, dann sind wir automatisch in der Liebe. Und dann erfüllen wir letztendlich auch den Zweck unserer Inkarnation, das Ziel. Weil je mehr Menschen da sind und das leben, was sie sind, nämlich reine Liebe, umso schneller wird sich diese Welt zum Positiven wandeln, umso leichter findet auch diese Transformation statt. Denn jeder von uns gibt das ein, was er ist und verändert dadurch die gesamte Matrix der Menschheit und dadurch das Planeten. Und wenn wir in der Freude sind, sind wir automatisch ausgeglichen, sind wir im Frieden. Das ist eine andere energetische Ausstrahlung. Die energetische Ausstrahlung der Freude. Ja, ganz genau. Darum geht es. Und das wieder zu erkennen und es uns zu erlauben, uns einzulassen auf das, was wir sind. Gegen alle gesellschaftlichen Normen und Beschränkungen, gegen alle Do's und Don'ts, was uns so gesagt wird von den diversen Institutionen. Das darfst du, das darfst du nicht, das musst du, das sind die Gebote und das. Wir dürfen uns jetzt lösen davon. Das sind alles Dinge im Außen, die letztendlich nur dafür da sind, uns von unserer eigenen Verbindung zu uns selbst zu trennen. Und Trennung bedeutet immer Schwächung. Das heißt, dadurch bleiben die Menschen klein. Wenn die Menschen erkennen, dass aus sich selbst heraus alles erschaffen wird, die eigene Welt erschaffen wird, dann nehmen sie die Kraft und Macht, die ganze Verantwortung wieder zu sich selbst zurück und erlauben sich selbst, ungeahnt dessen, was ihnen gesagt wurde, wieder der oder die zu sein, der sie wirklich sind. Und das brauchen wir jetzt. Und dann entsteht diese unglaubliche Vielfalt, wo jeder in der Freude ist. Dann gibt es auch keine Trennung mehr, keine Neid mehr oder keine Missgunst mehr. Weil ich bin ja selber in der Freude. Ich muss mich dann nicht mehr aufregen, dass der Nachbar wieder das nächste Auto hat oder schon wieder in den Urlaub fährt oder dass dem so gut geht. Weil ich reite viel lieber auf meinem Pferd. Ja, ganz genau. Ich darf mich freuen, mir geht es ja auch so gut. Und ich habe mein Pferd und er kann das 10. Porsche machen. Ganz genau so ist es. Da ist auch ganz wichtig zu erkennen, da sind wir auch bei einem weiteren Kernpunkt, der Grund allen Leides und allen Schmerzes, den wir über Jahrtausende jetzt erlebt haben in dieser jüngeren Menschheitsgeschichte, ist die Illusion der Trennung. Und diese Illusion der Trennung, also der Ur-Same, der Spaltung, ist es, der jetzt wieder in die Heilung darf, in uns. Das ist eine Prägung, wenn man will, auch ein Implantat, das in uns Menschen einfach immer über alle Institutionen und über die Medien, über die Kirche ganz tief eingepflanzt ist. Das heißt, wenn wir erkennen, dass wir letztendlich alle aus dem All-Einen, weil es gibt nichts anderes, es gibt das Göttliche, das ist All-Eines oder das Universum, wie auch immer man es bezeichnen möchte, dass wir alle daraus stammen und letztendlich jeder von uns, du Bettina, ich Nikolaus, unsere Zuschauer, ganz genau, aus der gleichen Quelle kommen und nur ein individueller Ausdruck dieses All-Einen auf dieser Erde sind. Das heißt, wenn es dem Nachbarn gut geht, darf ich mich freuen, weil er ist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von ihm. So ist es. Und wenn das der Fall ist, dann entsteht nicht nur in uns ein tiefer Frieden und eine Zufriedenheit, sondern auch in der Welt. Weil warum muss ich dann als Volk ein anderes Volk bekämpfen? Es gibt keinen Grund. Das ist ein Teil von mir. Warum soll Gott gegen sich selbst kämpfen? Das bedeutet letztendlich die Aufhebung allen Kampfes, allen Krieges und daraus entsteht tiefer Frieden aus dieser bewussten Einheit heraus, aus diesem Wissen der Einheit. Man könnte es doch so sagen, Gott ist nicht da draußen, da bete ich hin, bitte hilf mir jetzt, bitte, bitte hilf mir, sondern Gott ist das Leben und die Natur und ich bin Teil davon. Ich bin ja die Natur und mein Nachbar ist auch die Natur. Wir sind alle die Schöpfung und das Leben, also Gott als Prozess und nicht als Mantschgerl, was da oben sitzt und sagt, oder ich helfe dir. Also das ist sehr wichtig zu erkennen, dass wir alle Teil von dem Leben sind und dass wir das natürlich dann auch beeinflussen können. Also dass wir nicht machtlos sind gegen unsere Probleme und passiv werden, aber natürlich auch durch dieses gesteuerte Denken dann, durch die Glaubenssätze. Wir brauchen es nicht mal beeinflussen. Das Einzige, was notwendig ist, ist uns selbst die Erlaubnis zu geben, dass dieses Göttliche durch uns wirken darf und dass wir uns darauf einlassen. Und dann sind wir einen Schritt weiter als das Ego, das immer gewisse Wünsche hat. Wir dürfen uns einfach erlauben, es zuzulassen in uns. Es gibt nur das All eine, es gibt nichts anderes. Und du hast es angesprochen, es ist uns gesagt worden, wir sind nicht mehr wert als der Staub unter unseren Füßen. Gott ist irgendwo da ganz oben und der bestraft uns noch, wenn wir nicht folgen. Das ist eigentlich die allerhöchste Spaltung, die den Menschen hier eindoktriniert wurde. Jetzt gibt es eine Phase, in der wir erkennen dürfen, dass das die höchste aller Illusionen ist, dass die Wahrheit dahinter wirklich die ist, dass wir es selbst sind. Dein Wille geschehe, heißt mein Wille geschehe. Aber nicht der des Egos, sondern der Wille des Göttlichen in uns. Und hier dürfen wir zu uns selbst die Tür aufmachen und uns einlassen auf das, was in uns strahlt und leuchtet. Ja, genau. Und was wir alles für Fähigkeiten haben. Und das ist die Sicherheit. Die Sicherheit in einem selber. Genau. Dass man sich auf sich selber verlassen kann. Genau das ist es. Alles, was nicht wahr ist, wird in dieser Zeit der Transformation wegfallen. So vielen Menschen geht es so. Sie haben Angst, weil alles wegbricht. Die finanziellen Sicherheiten sind nicht mehr da. Der Frieden, der illusorische Frieden zwar, aber trotzdem war es eine Zeit der letzten Jahrzehnte, wo es hier im Westen, gerade im deutschsprachigen Raum, einigermaßen friedlich zuging. Jetzt bröckelt das alles. Bei vielen Menschen kommen Ängste hoch, auch apokalyptische Ängste, die sie auch aus vorigen Perioden, Atlantis zum Beispiel, mitgebracht haben. Das sind ganz tiefe Erinnerungen, die in unseren Zellen gespeichert sind. Kommt jetzt alles hoch. Und ganz wichtig, dass wir uns immer darauf besinnen, dass alle Sicherheiten in uns sind, nämlich indem wir uns auf unseren göttlichen Kern besinnen und uns einlassen darauf. Das im Außen, das Unwahre, wird wegbrechen. Das schleudert es aus uns heraus, wie aus einer Zentrifuge. Aber das, was wahr ist, das hat Bestand. Wir sehen das auch, wenn wir uns umschauen, nur in unseren Städten. Die wunderschönen alten Gebäude, die haben Bestand über Jahrhunderte. Die wunderschönen Musikstücke, die Dichtungen. Bücher. Ja, Bücher, die wunderschönen Gemälde. Die wirklich aus dem Wahren heraus geschöpft wurden. Die letztendlich Channelings waren, wo die Quelle durchgeflossen ist und sich zeigt über diese Schöpfungen. Die haben über Jahrhunderte Bestand. Das ist kein One-Hit-Wonder, wenn Mozart die Zauberflöte komponiert hat. Die ist nach 300 Jahren genauso aktuell wie damals. Und ich möchte immer auch sagen, dass die Zuschauer von uns, jeder hat diese Fähigkeit, den Zugang zur Quelle zu haben in sich. Jeder kann zu dieser Quelle Zugang haben. Man muss es einfach so klar sagen. Jeder Mensch hat den Zugang zur Quelle. Genau. Wir sind Schöpfer. Und der Erste, der Same, den wir setzen, ist wirklich, auch wenn wir die Quelle nicht spüren können und wenn wir vielleicht noch nicht wissen, wie, dann ist zunächst der erste wichtigste Schritt, die tiefe Absicht zu setzen. Danke, dass ich jetzt meine Quelle in mir, das Göttliche in mir in vollem Umfang spüre und mich in vollem Umfang darauf einlasse. Das kann jeder für sich sagen, auch am Morgen, auch am Abend. Und dann beginnen sich die Reden des Universums zu drehen. Das ist der Ursame der Schöpfung. Am Anfang war das Wort. Heißt es. Jetzt ist es so, wir haben ja auch gesagt, es ist gut, in seiner eigenen Energie verankert zu sein, wenn man auch Probleme lösen will. Könntest du mal beschreiben, wenn ich jetzt zum Beispiel gut in mir bin, mit mir verbunden bin, und mich in Verbindung zum Gott auch erkenne, wie kann das helfen, so ganz praktische Probleme zu lösen zum Beispiel? Ein ganz wichtiges Wort unserer Zeit ist die Hingabe. Hingabe zutiefst eine weibliche Eigenschaft. Wir Männer tun uns da wirklich schwerer, weil wir immer darauf konditioniert sind, Probleme zu lösen, sie zu kontrollieren und etwas zu tun. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass der Lebensfluss durch uns zum Ausdruck kommen möchte. Und wenn sich jetzt ein Problem zeigt, egal auf welcher Ebene, ist es ein physisches Problem, ein Schmerz, ist es ein seelisches Problem, ist es eine Situation im Außen, die schwierig ist, das Wichtigste ist zunächst mal, diese Situation nicht zu werten und all das, was sich in uns zeigt, alle Emotionen, alle Regungen, alle Gedanken, alle Muster, die sich da aktivieren, einfach mal sein zu lassen. Sie nicht wegzudrängen, nichts damit zu machen, machen heißt tun, sondern sie zu lassen. Und indem sie gelassen werden, können sie durch uns durchfließen und wir unterbrechen diesen Lebensfluss nicht. Und wenn wir sie anerkennen, egal was da gerade ist, es kann ja auch was Freudvolles sein, was eine wunderbare Erfahrung ist. Ich sage immer, das sind dann die Geschenke mit der Masche, mit der Schlaufe. Wenn sich ein Geschenk ohne Schlaufe zeigt, und das ein bisschen schwieriger ist, dann ist es auch ein Geschenk, weil alles, was da ist, ist immer für uns. Auch ganz wichtig. Es trägt immer dazu bei, dass wir immer noch tiefer unsere eigene Göttlichkeit erkennen und leben. Auch der Baum. Wir sehen immer beim Baum nur das Äußere. Wir sehen die schöne Baumkrone, wir sehen den mächtigen Stamm. Aber dieser Baum, der könnte nicht existieren, wenn er nicht ein ganz tiefes Wurzelwerk hätte. Und diese Tiefen, die entstehen vor allen Dingen bei den Geschenken ohne Schleife. Das gibt uns Tiefe und Boden, damit wir dann auch das Licht, das wir sind, auch aushalten können. Sonst würden wir immer ganz tief fallen. Aber wir sind dazu da, um beides zu vereinen. Das Oben, das Unten, das Helle, das Dunkel, das Männliche, das Weibliche. Es ist alles eins. Es stammt alles aus dem Göttlichen. Es ist alles gleichgültig, im Sinne von gleichwertig. Und wenn wir erkennen und uns dann einlassen können und uns hingeben bei dem, was da gerade ist, ohne zu werten und einfach dann mal diese Traurigkeit lassen, ohne sie mit Tabletten, mit Medikamenten, mit Therapien oder was auch immer zu bekämpfen, dann sind wir hier im Frieden. und dann integriert sich auch diese Energie, die auch aus der Quelle kommt, in uns. Und dann ist ein Stück, das vorher gespalten war von uns, wieder Teil des Ganzen und unterstützt uns dann auch mit seiner Energie und wir werden kraftvoller und mächtiger. Genau. Ich kann das total unterstreichen. Jetzt, die wichtigen Phasen in meinem Leben waren die, wo ich was gelernt habe und das waren die schwierigen Zeiten in meinem Leben. Und ich habe es nicht gelöst, indem ich gekämpft habe, sondern indem ich halt aufgehört habe zu kämpfen. Das hat oft ganz lange gedauert. Weil wenn man was Körperliches hat, dann will man ja sofort, dass das weggeht. Sofort muss der Körper wieder funktionieren. Er funktioniert aber nicht sofort. Und, aber die Lernerfahrung, die man dann rauszieht, ist eigentlich das Kostbare im Leben. Weil man ist ja gewachsen, man ist reifer und bewusster geworden. Und das ist ja das, auch was einem Kraft gibt, dann wieder weiterzumachen und weiterzugehen. Das ist eigentlich das Wichtige. Viele von uns kennen ja dieses Buch Krankheit als Heilung. Genau. Letztendlich ist das Symptom, das sich physisch da zeigt, auch seelisch, weil man kann ja auch seelisch erkranken, das hat eine Botschaft für uns. Und der Ursame dahinter, der steckt immer im seelischen Bereich, immer im feinstofflichen Bereich. Das ist eine Botschaft, ja. Das ist eine Botschaft. Energiemäßig, ja. Das heißt, wenn sich etwas zeigt, dann dürfen wir das zunächst mal dankbar annehmen, weil unser System, auch unsere Seele, spricht darüber zu uns und weist auf etwas hin, was wir noch nicht angenommen haben, noch nicht gesehen haben, vielleicht noch nicht integriert haben. Genau. Das ist alles Teil des Wachstumsprozesses. Und wir dürfen auch erkennen, dass wir als Seele uns entschieden haben, bevor wir hier inkarniert sind, zu welchen Eltern wir gekommen sind, in welches Umfeld wir geboren wurden, welche Erfahrungen wir machen, welchen kleinen Rucksack wir aus vergangenen Inkarnationen mitgenommen haben. Und all das haben wir letztendlich selbst zu verantworten. Das ist oftmals für Menschen ganz schwierig zu begreifen und auch ein Trigger für viele. Und manche Menschen sind jetzt vielleicht entrüstet, wenn sie das hören. Bitte nicht. Ich weiß nicht, wenn ich zu meiner Mutter sage, du bist selber verantwortlich dafür, dass du das und das hast, dann wird sie ganz böse. Ja. Aber ich meine sie nicht böse. Ich meine es gut. Sie kann es nämlich auch verändern. Ganz genau. Wir dürfen auch hier die Macht zu uns zurücknehmen und die Verantwortung. Da steckt das Wort Antwort drin. Wir haben eine Antwort darauf. Genau. Aber nur, wenn wir die Energie nicht an etwas anderes abgeben, sprich, dass da ein Schuldiger ist, auf den wir böse sein können, auf den wir projizieren können. Das ist ein leichtes. Aber wir geben diesem Wesen, dieser Situation, diesem Menschen vielleicht Energie. Genau. Auch wenn es keine positive ist. Aber wir geben Energie. Genau. Wenn wir diese Energie bei uns behalten, dann haben wir die Kraft. Ja. Und dann können wir dieses Thema in uns lösen. Aber entscheidend ist immer das Bewusstsein. Und da steckt auch wiederum, die deutsche Sprache ist fantastisch, das Wort Wissen drin. Aber nicht nur das kognitive Wissen, sondern das ganz tiefe Wissen, das in allen Zellen, in unserem gesamten System verankert ist. Dann können wir alles lösen. Wir sind die Schöpferwesen. Wir haben die Macht und Kraft und können die Verantwortung in vollem Maße zu uns zurücknehmen. Könntest du kurz mal den Satz erklären? Den kennen bestimmt auch viele Zuschauer. Da, wo die Energie, also da, worauf ich meine Aufmerksamkeit und Energie hinrichte, da wird es mehr oder das wird mehr. Könntest du das kurz erklären? Wir sind Energie. Und es geht immer nur um Energie. Aber wenn ich die Energie wohin richte, wieso wird es dann mehr? Ähm, naja. Also sprich, ich denke ununterbrochen, das Symptom soll weggehen. Das wird aber nicht. Also wieso wird es dann, das Symptom sogar noch schlimmer? Es kann nicht weggehen, weil du diesem Symptom oder dieser Situation Energie und Kraft gibst. Vielleicht ein Beispiel, ja, weil du gerade erklärt hast, du bist Politikwissenschaftlerin, Ausgebildete. Wenn wir uns jetzt mal unser politisches System anschauen. Genau. Was passiert denn? Wir gehen zur Wahl. Wir werden aufgefordert, zur Wahl zu gehen. Was machen wir? Wir geben unsere Stimme ab. Wir lassen uns mal diesen Satz auf dem Mund, auf der Zunge zergehen. Wir geben die Stimme ab. Wir geben unsere Wahl, unsere Stimme in die Urne. Wir begraben unsere Stimme und geben jemand anders unserem gewählten politischen Stellvertreter die Vollmacht, gewisse Entscheidungen zu treffen bei voller Immunität. Das heißt, wir geben unsere Kraft und Macht an eine Institution ab, die dann, auf gut Deutsch gesagt, tut, was sie will. Wenn wir diesem politischen System nicht mehr unsere Stimme abgeben und nicht mehr zur Wahl gehen. Auch das ist ein Trigger, weil uns ja suggeriert wird, dass über die Wahl wir unseren freien Willen kundtun können. Aus meiner Sicht stimmt das nicht so ganz. Aber wenn wir diese Stimme bei uns behalten und nicht mehr dahin gehen, dann geben wir diesem politischen System keine Energie mehr, dann entziehen wir diesem politischen System die Energie und wenn es keine Energie mehr bekommt, dann hat es keine Existenzgrundlage mehr, weil es lebt von unserer Energie. Ich verstehe. Wenn wir auf unserem Mikrokosmos sozusagen das Ganze ummünzen, ist es so, wenn wir unseren Nachbarn, der uns triggert, nicht mehr verurteilen und auf ihn schimpfen und böse sind, sondern ihn einfach lassen und keine Energie mehr in diese Situation oder Angelegenheit verschwenden, sagt er das Wort auch schon, wir geben es aus, wir verschwenden es, dann bleibt die Energie bei uns. Und dann haben wir die Kraft wieder bei uns und dann können wir selbst aus eigener Verantwortung heraus diese Situation für uns lösen. Weil eines muss uns auch bewusst sein, all das, was uns triggert oder berührt, ist noch ein Teil von uns. Ja, genau. Und es kostet viel Kraft. Ganz genau. Und nur in uns können wir das Thema lösen. Eben. Das ist auch jetzt so in dieser ganzen Transformationszeit, wo viele Proteste es gibt und viele Demonstrationen stattfinden. Ja, manchmal ist es gut auch aufzustehen, aber die eigentliche Transformation, die findet nicht im Außen statt. Genau, wie du sagst, die findet nur im Innen statt. Indem wir uns selbst transformieren und erkennen, wer wir wirklich sind. Und dann geben wir unser Sein in diese Matrix, in die Menschheitsmatrix und in die Matrix der Erde und auch des Universums und dann können sich andere Menschen um ein Vielfaches leichter auch selbst wieder weiterentwickeln, sprich zu dem Erinnern, daran zu erinnern, wer sie wirklich sind und dadurch in ihre Kraft kommen. Es geht dann praktisch darum, mit was ich mich identifiziere. Identifiziere ich mich mit dem Konflikt, dem Problem, mit Äußeren, also mit meinem Nachbarn oder identifiziere ich mich nicht mehr und schaue einfach, dass ich meiner Freude folge, meiner Stimmigkeit, auf mein Herz höre, dann transformiere ich die Gesellschaft doch viel mehr, oder? Indem ich mich einlasse, was da ist, indem ich mein inneres Sein, mein wahres Sein, meinen Kompass Sein lasse, mich auf die Freude einlasse und mich davon auch leiten lasse und auch von den anderen Gefühlen. Wenn ich einem Menschen begegne, wo ich von vornherein kein gutes Gefühl habe, werde ich mich nicht auf diesen Menschen einlassen. Du hast das Wort Identitäten angesprochen, ganz wichtig. Ich glaube, das, was wir wirklich sind, dieses Göttliche in uns, kann auch oftmals als das Nichts bezeichnet werden und das Nichts ist für das Ego ganz schlimm, weil es dann glaubt, es kann nicht mehr existieren. Das Ego sucht immer nach Identitäten. Ich bin der Herr Doktor oder die Frau Doktor oder ich bin der Politiker oder ich bin der Unternehmer. Ich habe ein Recht. Und ich komme aus diesem Land und dieses Land ist besser und ich bin für diese Fußballmannschaft und die ist besser oder schlechter. Das sind alles Identitäten. Aber das ist nicht unser wahres Sein, weil wir sind alle eins. Identität ist ein Konzept der Trennung, ein Konzept des Egos, wenn man so will. Wenn wir uns auf unser Göttliches, auf das Nichts, auf das Alleine, auf die Kraft in uns, die immer da war und immer da sein wird, einlassen, dann werden wir frei davon, von diesen Konzepten und dann fließt es wieder durch uns. Dann lösen sich die Blockaden auf, dann verändern sich die Glaubenssätze. Jetzt hast du ja durch ein Channeling bestimmte, also du hast bestimmte Botschaften bekommen, wie die Energie von Menschen stabilisiert werden kann und auch eben in diesem reinen Sein gehalten werden kann, stabilisiert werden kann, dass wir uns praktisch nicht mehr mit diesem Ich und Ego, mit den äußeren Sachen identifizieren, sondern dass wir in unserer eigenen Energie bleiben. Da hast du ein Channeling bekommen und dann auch Produkte entwickelt, die man verwenden kann, um die eigene Energie zu stärken, Harmonie zu erzeugen im eigenen Leben. Ich zeige mal das große, schöne Produkt, das ich auch selber geschenkt bekommen habe, den Sternenlotus für meine Zuschauer. Ich zeige es mal für euch und das andere war ein Amulett, das ich auch mit größter Freude immer trage. Das zeige ich auch nochmal für meine Zuschauer. Schaut es mal. Es ist ein Amulett, ich halte es mal so. Ihr könntet das sehen und diese beiden Sachen, aber du hast auch noch mehrere, so rum muss man es halten, dass man das Goldene vorne sieht. Ich zeige es euch so. So, ihr seht es dann schon. Wir blenden es ein. Es ist ganz wichtig, denn diese Sachen helfen einfach, stabil zu bleiben, selber bei sich zu sein und einfach auch die eigene Energie, das eigene Wesen zu stärken, also sein Herz zu stärken. Jetzt ist es so, du hast es doch ein Channeling bekommen und mich interessiert es total und bestimmt auch meine Zuschauer, weil ich habe auch viele mediale Zuschauer. Könntest du mal kurz beschreiben, wie ist das passiert, dieses Channeling? Was hast du da gehört oder was hast du da gesehen oder wie ist das passiert? Das ist ganz wichtig, weil es ist ja auch nicht aus dem Denken entstanden, sondern es kam aus dem Bewusstsein. Wie ist das passiert? Also dieses Channeling selbst, das war einfach ein Moment, wo ich mich gefragt habe, ich hatte damals schon etwas entwickelt, da ging es in erster Linie darum, um künstliche Energien und Frequenzen, zum Beispiel Mobilfunk oder Elektrosmog, zu vitalisieren und zu harmonisieren. Und dann bin ich da gesessen mit meinem damaligen auch Geschäftspartner und wir haben uns gefragt, wie nennen wir denn das Ding? Und ohne nachzudenken, ist es aus mir herausgeplatzt, Sternenlotus. Und in dem Moment hat sich ein Kanal geöffnet. Es ist eine ganz starke Energie geflossen, es sind ganz viele Energien geflossen, das hat auch Wochen, ja Monate angedauert und ich habe versucht, diese Informationen, die da kamen, dann sukzessive umzusetzen und zu testen, was macht denn das, was ist das, was da jetzt zu mir gekommen ist. Aber die kamen aus dem Bewusstsein und nicht aus dem Denken. Die kamen letztendlich, ja nicht aus dem Bewusstsein, natürlich nicht, sie kamen aus einer Ebene, ja ich nenne sie die Sterne-Lotus-Ebene, ja, die natürlich nicht aus dem Denken gekommen sind. Das sind einfach enorm hohe Frequenzen, die gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir einfach Unterstützung brauchen, wo viele Menschen auch geschwächt sind, durch Mobilfunk, auch durch Umweltgifte, auf allen Ebenen, durch Informationsflut, durch Indoktrinierung, durch Impfungen auch, jetzt zu uns, damit die Menschen in ihrer Kraft bleiben, wieder in ihre Kraft kommen können und sich in letzter Konsequenz daran erinnern, wer sie wirklich sind, um dadurch wieder in die Kraft zu kommen. Ich möchte aber noch ganz kurz, bevor wir da weitersprechen, auf einen Punkt eingehen, der ganz wichtig ist in dem Zusammenhang. Ja, es gibt das Produkt Sternenlotus und es hilft den Menschen. Grundsätzlich haben wir alles bereits in uns. Wir sind mit allem ausgestattet, vom ersten Moment an, was es braucht, um durch diese Transformationszeit zu kommen. Als Säugling haben wir schon alles in uns, nur wir haben es ganz tief vergessen. Und es gibt auch viele Wege, um uns wieder an uns selbst zu erinnern. Der Sternenlotus ist einer davon und er kann uns gerade jetzt unterstützen, um den Weg etwas leichter zu machen, etwas sanfter stattfinden zu lassen und uns in unserer Kraft sein zu lassen. Und indem er unsere eigene Schwingung erhöht, laufen viele Prozesse einfach leichter in uns und wir nehmen an das wahr. Wir erkennen plötzlich Dinge, die uns ganz lange blockiert haben, wo wir vielleicht auch früher mal Traumen erlebt haben, Traumata noch immer haben in uns, weshalb wir rein gedanklich oder auch vom Gefühl her nicht mehr an dieses Thema rankommen, es nicht mehr sehen. Über diese hohen Frequenzen wird es leichter für uns dahin zu kommen und dadurch zu erkennen und diese Dinge zu integrieren, letztendlich dadurch in die Heilung zu bringen, in die Harmonie. Und genau dafür ist der Sternenlotus da. Wir haben alles in uns, wir brauchen nichts, aber es wird leichter. Es ist aber auch nicht das einzige Produkt, das uns da helfen kann. Auch ein guter Therapeut kann uns da helfen. Also wir dürfen das auch annehmen, auch das ist Teil der Eigenverantwortung für uns. Wir müssen nicht immer den knallharten Weg gehen, er darf auch ein bisschen leichter und sanfter sein. Ich würde es so sagen, es ist so, man zum Beispiel, man weiß, dass man die Quelle ist, also dass man Teil der Quelle ist und die Kraft in sich trägt, alles zu verändern, Probleme zu lösen und seinem Herzen zu folgen. Also sprich, es ist wie als Frau, ich weiß, ich habe einen Mund, ich könnte aber Lippenstift auftragen, um ihn nochmal zu verstärken. Und wenn ich mich erinnern möchte, ach ja, ich mich unterstützen möchte, dass ich attraktiver ausschaue, dann trage ich als Frau einen roten Lippenstift auf. Oder arbeite, also umgemünzt, auf die Situation, ich trage ein Amulett, einfach um meine eigene Energie, mein Herz zu stärken. Oder auch, ich verwende den Sternenlotus und trage ihn eben, halte ihn bei mir in der Wohnung, in der Nähe meines Sitzplatzes, etc., um meine eigene Frequenz zu stärken. Ich empfinde, so empfinde ich das jetzt sagen, habe ich das so richtig verstanden? Es wirkt stärkend auf allen Ebenen. Es öffnet unser Herzchakran, es erdet uns, es bringt die Felder in uns, in Harmonie, es zentriert uns, es erhöht unsere Schwingung, es vitalisiert auch die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen. Und eingangs haben wir schon erwähnt, es ist alles Energie, es geht immer um Energie. Und ganz vereinfacht gesagt, gehen wir jetzt von einer relativ oder einer sehr niedrig schwingenden Ebene in eine wesentlich höher schwingende Ebene. Das ist Transformation. Wenn wir also jetzt in einer höher schwingenden Ebene sind, dann haben wir oftmals einen ganz anderen Blick auf die Dinge, die uns im Moment gerade noch belasten und die uns daran hindern, einen Schritt höher zu gehen. Denn wir können auf der gleichen Ebene, wo die Probleme oder Situationen, die wir zu lösen haben, entstanden sind, können wir diese nicht lösen. Genau. Wir müssen einen Schritt höher gehen, weil sonst verlängern wir dieses Thema, weil wir mit den gleichen Werkzeugen und Methoden auf der Ebene, wo diese Dinge entstanden sind, sie zu lösen versuchen, verlängern wir sie. Da bleiben wir in diesem Hamsterrad. Wir müssen einen Step höher gehen. Und das gelingt uns ab und an sehr gut, wenn wir zum Beispiel manche ein tolles Seminar gemacht haben und voller Energie und Power nach Hause kommen und voller Freude sind, dann machen wir oft die Erfahrung, dass nach ein, zwei Tagen danach der absolute Backflash kommt. Wir liegen komplett am Boden. Aber dann nach zwei Wochen schon vergessen. Ganz genau. Wo viel Licht, da zeigt sich natürlich viel Schatten. Wir dürfen also auch mit diesem Schatten umgehen. Wenn wir es allerdings schaffen, auf einer hohen Schwingungsebene zu bleiben, dann können wir oben bleiben und fallen nicht zu tief und brauchen nicht so viel Kraft, um wieder nach oben zu kommen. Und das alles bringt uns eine wesentliche Verbesserung unserer Lebensqualität. Wir sind besser gestärkt, unsere Zellen sind besser genährt, sie haben mehr Energie, das Immunsystem wird unterstützt. Wir sind seelisch besser drauf. Und aus dieser Kraft heraus lässt sich alles viel, viel leichter dann lösen. Und da muss ich jetzt gleich nachfragen, was ist denn im Amulett oder im Sternenlotus verarbeitet? Was ist da drin? Energetisch. Also nicht energetisch, doch energetisch. Was ist da drin? Es ist in erster Linie ein Frequenzprodukt. Wir brauchen allerdings die physische Materie, um diese Frequenzen zu speichern und zu halten. Man kann sich das vorstellen wie eine DVD, ein Rohling von einer DVD. die dann mit Informationen von Bild und Ton bespielt wird und dann kann man sich einen Film anschauen. Aber die DVD selbst ist nur der Datenträger oder Speichermedium sozusagen für diese Bild- und Toninformationen. Das Entscheidende ist dann der Film, der drauf ist. Genau. Und hier ist es auch so, dass wir Quarze, Mineralien, Kristalle verwenden als Datenträger für diese hohen Frequenzen. Das ist eine alte atlantische Technologie. Da wurde auch sehr viel mit Quarzen und Kristallen gearbeitet. Und diese Mineralien und Kristalle speichern die enorm hohen Frequenzen. Und diese enorm hohen Frequenzen sind einerseits irdischer Natur, aber zu einem überwiegenden Teil kosmischer Natur aus diesen entsprechenden Ebenen, die sich da geöffnet haben. und diese kosmischen Frequenzen haben die Fähigkeit, Energieformen jeder Art, ob es zum Beispiel Elektrosmog ist, ob es Mobilfunk ist, ob es aber auch physische Energien sind. Stress mit dem Partner. Naja, auch Energiefelder in uns, weil Stress entsteht immer nur in uns. Das sind Angstfelder. Diese Felder können in die Harmonie gebracht werden und kommen in Bewegung. Das ist wichtig. Wir sprechen hier von Frequenzbereichen, ja, von in Bovis-Werten ausgedrückt, sprich Vitalenergie von 16 bis 18 Millionen Bovis zum Teil. Das ist enorm hoch und es gibt kaum Vergleichbares im Moment auf der Erde, was derart hoch schwingt. Und das ist ganz wichtig, um sich klar zu machen, wir brauchen, also jetzt auch, wir bestehen ja auch aus Mineralien, also wir brauchen Calcium, Magnesium, Eisen, das nehmen wir auf. Also insofern, auch diese Mineralien, die jetzt, oder die jetzt praktisch in deinen Sachen drin sind, sind essentiell wichtig auch für unseren Körper und dann natürlich auch für unser Geist und Bewusstsein, sag ich jetzt mal. Vor allem die Information, die drauf ist. Die Information, das ist wichtig. Ich muss jetzt mal kurz meinen Zuschauern erzählen, zwei Sachen, ich durfte ja testen und es sind wirklich zwei Sachen in meinem Leben passiert, ich kann es gar nicht glauben, weil ich, also ich hatte kein Ziel, ich habe es einfach so, hast du es mir geschenkt, ich hatte es in der Wohnung und dann dachte ich, ja, okay, aber und auf jeden Fall, also ich kann, also zwei wirklich große Dinge haben sich verändert in meinem Leben, die haben sich seit 20 Jahren, ich kann es gar nicht glauben, also das eine war eine ganz schlechte Beziehung in meiner Familie mit einem Familienmitglied schon seit 20 Jahren, ich kann nur sagen, dass ich immer, wenn ich mit der Person telefoniert habe, hatte ich den Anhänger um und die Beziehung, und die Beziehung ist jetzt richtig gut geworden, nach 20 Jahren, und das andere, was ich probiert habe, ist, dass ich, ich habe eine Pflanze, die eigentlich nicht mehr gelebt hat, die Pflanze war nicht mehr da, also ich habe die natürlich, ich habe die ertrunken, die war nicht mehr da, ich habe die auf den Sternenlotus gestellt und die blüht jetzt wieder, also es ist ganz wichtig, es einfach zu sehen, dass das funktioniert, ich finde es einfach wichtig, das auch mal so zu sagen, und nicht so abzutun, weil wir selber sind, haben auch Mineralstoffe in uns, wir müssen die mit dem Essen aufnehmen, und die sind jetzt da drin, als Informationsspeicher und übertragen sich auf uns, ich finde es ganz wichtig, das mal zu sagen, ja, Pflanzen ganz wichtig, auch Tiere, Tiere, genau, ja, sie haben einen Vorteil, einen ganz großen Vorteil, sie sind in ihrem Sein, wir Menschen sind oft in unserem Kopf, ja, genau, und dieser Kopf beinhaltet dann oftmals, oder schickt uns den Zweifler, ja, genau, und dadurch blockieren wir uns, ein Tier, ein Hund, ja, wir haben schon oft auch Erfahrungen gemacht mit Tieren, die waren fantastisch, die sind in ihrem Sein, und das, was ihnen gut tut, das lassen sie zu, ja, genau, und da dürfen auch wir wieder hinkommen, genau, nicht, dass wir unseren Kopf ausschalten, das sage ich damit nicht, es geht vor allen Dingen aber auch darum, dass wir die Führung, nicht weniger unserem Kopf geben, sondern vielmehr unserem Gefühl, genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch, und anhand dieser Pflanze erkennen wir, wie wichtig für uns Vitalkraft ist, ja, deswegen auch Blooming Life, blühendes Leben, ja, es geht auch um das Aufblühen von uns selbst, ja, genau, die ganze Kraft zu entfalten, die Lebenskraft zu entfalten, und anhand dieses schönen Beispieles von dir, kann man das auch erkennen, aber die Menschen, die meisten Menschen fühlen es sehr, sehr intensiv, wenn sie mit dem Sternenlotus arbeiten, es ist wie eine Welle, die durch sie strömt, eine ganz starke Ausrichtung, die passiert, Felder kommen in Harmonie, und viele Prozesse finden statt, auch physisch, also es werden Entgiftungsprozesse in Gang gebracht, der ganze Stoffwechsel verbessert sich, die Energieproduktion ist eine andere, und, also ganz viele Vorteile auf allen Ebenen. Jetzt, die letzte Frage, die ich an dich habe, ganz wichtig jetzt, im Zeitalter der Transformation, also ich glaube, die wichtigste Frage jetzt, am Schluss, was ist die Bedeutung im Transformationszeitalter jetzt, in dieser jetzigen Zeit, des Jetzt, also des jetzigen Moment, des Lebens im Jetzt, also vom Jetzt heraus zu handeln, auch jetzt, wenn ich Pläne mache, vom Jetzt aus, aber viele Pläne ändern sich, also vom, die Bedeutung des Lebens, und die Verankerung im jetzigen Moment, wieso ist das Jetzt, in diesen Zeiten wichtig? Letztendlich gibt es nur das Jetzt, wir leben hier, auf dieser Welt, in einer Zeit- und Raummatrix, und, ja, die Zeit ist de facto, in einer höheren Wirklichkeit, nicht existent, auch der Raum, als solches, ist nicht existent, wenn wir zum Beispiel, manche von den Zuschauerinnen und Zuschauern, haben vielleicht die Erfahrung gemacht, dass sie mal eine Fernbehandlung genossen haben, eine energetische Fernbehandlung, dabei ist es egal, ob sie jetzt in Australien sind, am Mond, oder sonst irgendwo, diese energetische Behandlung kommt an. Warum? Der Therapeut sitzt nicht gegenüber, und nicht direkt da. Es ist möglich, weil Zeit und Raum, de facto nicht existieren. Es gibt immer nur das Jetzt, dieser Moment, ja, und wenn wir im Jetzt sind, dann hebeln wir diese Zeitmatrix, diese Zeitlinien aus, und erschaffen aus dem Jetzt heraus. Wenn wir mit unseren Gedanken in der Vergangenheit hängen, weil wir mit einem Problem oder einer Thematik nicht fertig werden, dann sind wir in der Vergangenheit. Das bringt uns von uns weg, sprich aus dem gegenwärtigen Moment. Wir hängen immer in der Vergangenheit. Genau. Wenn wir all unser Leben nur auf die Zukunft ausrichten, dann sind wir in der Zukunft, aber auch nicht im Jetzt. Genau. Und wenn wir im Jetzt sind, dann entsteht das, dass wir im Schöpfungsprozess sind, mit uns verbunden sind. Und aus diesem Jetzt heraus entsteht ohnehin eine glorreiche Zukunft. Genau. Aber immer im Jetzt. Und hier dürfen wir wieder das erkennen, ist das eine, aber wir dürfen uns wieder ganz einlassen, auf uns selbst. Was ist unser Gefühl? Mit dem Rhythmus der Natur gehen. Und auf unsere eigene Zeit. Ganz genau. Auf unser eigenes im Jetzt sein. Ganz genau. Und das bringt uns wieder voll in unsere Kraft. Und das ist der gegenwärtige Moment. Es gibt nichts anderes. Wir dürfen nicht, wir dürfen schon, wir haben immer die freie Wahl. Sorry. Aber wenn wir wirklich glücklich sein wollen, dann ist es wichtig, immer im Jetzt verankert zu sein, im gegenwärtigen Moment. Liebe Nikolaus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir. Liebe Zuschauer, also ganz wichtig, dieses Sein im Jetzt, das sage ich ja schon seit 100 Jahren. Ich kann das sehr unterstreichen, was der Nikolaus uns gesagt hat. Ich freue mich sehr, wenn ihr dieses Interview kommentiert. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen mit eurer Energie und der Veränderung eurer Energie gemacht. Ich interessiere mich sehr für eure Kommentare. Lese es. Ich freue mich auch sehr, wenn du eine positive Bewertung geben möchtest, falls es dir gefallen hat. Informationen zum Interview zum Nikolaus Lackner und zu mir sind unter dem Video. Da sind Links, da kannst du einfach draufklicken. Und ich freue mich dann schon, wenn du wieder einschaltest. Bis zum nächsten Interview. Eure Bettina. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.